Der Plan, uns, die Linke, aus den Parlamenten der Bundesrepublik zu vertreiben, ist in Hessen nicht aufgegangen. Wir sind drin mit 5,4 Prozent, besser als wir das vorher waren. Die Sozialdemokraten haben drastisch verloren. Warum? Weil sie sich nicht für eine soziale Politik entscheiden konnten. Denn wer sagt, er will nicht mit den Linken, kann eine soziale Politik in Deutschland nicht mehr durchsetzen, weil die Mehrheiten fehlen. Wir haben nun mehrere Wahlen vor uns. Das ist die Europawahl, das ist die Bundestagswahl. Es ist ein guter Auftakt, was wir bei den Hessenwahlen an Ergebnis verzeichnen können. Und wir hoffen und wir wünschen uns, dass auch weiter die Wähler merken und spüren, für eine soziale Politik in Deutschland brauchen wir die Linken. Nur mit den Linken wird Deutschland sozial.